ihr noch so ok nein nein die ist zu meinen beiden nicht schaffen ich bin zu schön zu spiel zu früh springen das sagen viele nein die so bin ich nicht drauf geblieben so ein dummes Stück Scheiße ja wer macht Tag soll ich machen ich ja machbar auch so kann sie macht schon es wird durchlaufen nein wird jetzt ein kalt hat der Kraft geleckt es ist nicht doch Tag gemacht wenn ich durchführe wird jetzt ein Kranz okay für was dafür dass ich noch nicht durch bin ja natürlich ja ich habe auch jetzt einen Diamanten um hat nur noch einer kann jemand halt die Fresse Halt die Halt die Halt die Fresse also ich kann es bei der Diamanten er muss sich ab geheime Gänge finden und so ein Türen was weiß ich ja ich bin im Wasser Jack Paul dann fliegt mal hier hin doch mal sehen wo sind die Loser denn ich bin am Anfang den habe ich gerade gefunden ich bin am Anfang boah los passiv bei passiv ist spannend letzter Sprung passiv letzter Sprung wenn du sie versuchst so hierhin okay oh Gott oh jetzt nur noch René aha hey wieso geht sie hier durch René ja wieso geht es nicht hier durch den Checkpoint weil er hier ist nein der ist hier 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 wo ich bin wo bist du hier da war er noch nicht ach du warst ja noch nicht das ist echt traurig du warst ja doch schon einmal nein hier ist der Checkpoint guck hier Flo Flo Wur Wurbelachter bist du dort hier ist doch auch einer Kuppen ja mit der hier ist mehr an ach ich ach so ich habe mich jetzt hat hat Entschuldigung ich habe mich hier jetzt bin ich hier da da kannst du wenigstens nicht ganz runterfallen René aber gleich ja gleich schon aber wenn du darunter fällst es ist schlecht hat er zwar auf jeden rennen hier sauber jetzt hier hin letzter Sprung letzter Sprung sauber ja René fängt direkt schon an ja was soll ich machen soll ich warten damit ihr mich treu nein auch gott jetzt hab ich in Florian reingeguckt und du sollst warten bis wir mit starten voll einfach hey ich sag von einfach und verkackt natürlich das passiert immer wenn man sagt voll leicht ey das ist das Protzen oh ich hab's geschafft ja es hat Passido ist ja der Meister darin ne fuck nein im Protzen nein ne Simon hat den Hass Hass recht wieso Simon der mit seiner super Internetleitung achso Mike Pazi ist bei ihm in die Leere gegangen yeah Wasser ja ich bin auch im Wasser Hb was steht denn nieznie Nihil skillet sowit und form es ver Biarrscher durch ja ich habe nicht so wie du jetzt kommt einst mina noch nicht Nebert sie Mönig ich werdeoupier ja die Behörji dem Hemhus 2022 receber habe ich verarschen Oh nein, Eis. Voll einfach. Weißt du noch, den Fluch floh voll einfach? Ja, was ist mit dem? Hat bisher nur nicht zugeschlagen. Noch nicht. René, hau ihn runter. Lauf ihn nach und hau ihn in die Eier. Wieso sollst du das tun? Wieso sollst du das tun? Er hat mich nicht einmal runtergeschlagen. Nicht so wie du. Doch. Hat er vorhin auch. Nein. Yeah, Checkpoints. Oh nein, nicht das mit der Zeit. Nein. Das ist echt blöd. Ja, passiv wird es jetzt wahrscheinlich schaffen. Ja. Jetzt kommt René. Ich hatte diesen Sprung hier. Komm, der ist voll einfach, René, du schaffst es. Und jetzt der Nächster. Ja. Gorini, Gorini. Wenn jetzt der Kaxe hättest du ärgerlich, ne? Halt die Schnauze. Und jetzt wäre das einfach nur dämlich. Jetzt ist das echt dämlich. Yeah. So, wie machen wir das am besten? Super. Jetzt können wir warten, bis die Tür leiden. Ach nein. Bis leck. Alter, leck das. Ja, voll, ey. Wie das leckt, ey. Bei mir hat das jetzt gerade voll geleckt. Ist die Tür schon aufgegangen? Alter. Das leckt bei mir total, wenn der Knopf betätigt wird. Nein, verkackt. Alter, leck das bei mir. Ich kann die Challenge nicht machen. Der muss sauber. Nee, kann ich nicht. Das leckt total. Dann kauft der neuen PC und macht die Challenge. Nein. Vor der Tür runtergefallen. Jetzt ist er auf. Alter. Fail. Ja, ich wünsch, ich hätt nicht deine Probleme. Habe ich auch nicht. Hahaha. Äh, minecraft. Ja. War fertig geklickt. Ach, fail. Alter. Und, und, geh auf, bin drin. Pass, ich hasse dich. Und die Tür ist nochmal auf und wieder zu. Leck, ey, ey, ich kann nicht mehr machen, ich kann gar nicht mehr machen, gerade. Fail, bitte, lass ich drücken. Ich habe mich schon verkackt. Ja, es ist zu mir echt leid, René, na. Ich kann nichts machen. Aber das Schlimmste ist, hier kann ich auch nicht treuen, weil ich nicht rauskomme. Ey. Kann ich hier mal runterschmeißen vom Zweifel oder so? Ja, kann ich. Kann passier machen, schätze ich mal. So, warte, warte. Warte, ich kann ausmachen, glaube ich. Warte, warte. Warte, 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 warte. Ich habe war aus der Schäden. Ach. Boah. Ich wurde danach gefragt. Fuh. Ja, Mann. alles super flüssig und dann nein nein und da ist er um letzter sprung mami letzter sprung ich habe ich im nachhinein mit schaden kommt so etwas erwarten bis das da aufgegangen ist und nicht so viel Geld wieso Katzermacher ein du kannst sofort danach weiter klicken kann sie rechnen auch die die Tür Tür geht danach noch mal aufsache die Tür geht auf noch fach diesen Sprung Zeit verloren scheiße mann schlechter geht's nicht da hat er hat er hat er hat er hat er hat er hat hat er hat ersten stückstücken bei der ersten ja ich hab beim ersten verkauft hast du ein problem damit boah ey Pussy ich muss direkt durchstarten sag bloß so ich hab gedacht du müsst ihr erst mal eine halbe stunde lang anhalten das Maul okay was denn hör nix lachst du war da irgendwas für zicken ja du bist drunter gefallen oh Pussy nein keine Hühner ne das sind vier Stück geh ich auf den Sack ihr Hühner bist du durch? ach Gott da kannst du durch ich hab kein Klob gedrückt ich bin durchgesprungen aber es hat irgendwie zu spiegelig es war ohne Wettbewerb hat kein zu so stent stent und ob er hat ihn Gott um Gott ist richtig ist da auch beim ersten es sind klar Pallabella aus Schlechtel ich bin jetzt schon Level 40 ich bin aber ich bin der Welt 43 Level 45 Scheiße schon liegt das nur an ich drück noch nicht auf den Knopf der wurde gar nicht so oft abgeworfen wie kann er so hoch sein ich hab mich immer selbst abgeworfen die sind immer auf mich drauf geflogen damn luck oh Krätze Boah jetzt noch noch diese scheiß Kügelchen hier also die Challenge kackt mich jetzt schon an ey das ist echt blöd ne quasi mach mal Tag es ist doch Tag es wird grad Nacht falls es noch nicht bemerkt bei einem Ort Mann wie schlecht Mann Ach Gott ich bin Level 50 Mann Wieso lachst du so? Das habe ich mich jetzt auch gerade eben gefragt. Ich habe nicht gedacht, ich habe gejammert. Ja. Ist ja noch grässlicher. Ist so. Ja. 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 Ich bin nicht gesprintet, ich bin nicht gesprintet. Ich glaube es nicht, ich bin nicht gesprintet. Ich auch nicht. Ich hatte wieder diesen Backsprung. Wie oft habe ich den? Ja. Oft genug. Das ist halt ein scheiß Lecker. Ist so. Ein Hacker. Nein, oh, Lecken hat nichts mit Hacken zu tun. Ja, aber ich bin Hacker. Berufs-Hacker. Bestimmt hat das doch was damit zu tun, ich bleibe mich gerade voll. Jetzt kommt Markus. Du sprichst dich nicht. Weil du es kannst. Ja, weil du es kannst. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich bin Level 56. Passi. Das sah so gut aus. Weißt du, was mich interessieren würde? Wie konntest du Videos hochladen, obwohl du in London warst? Ich habe den nicht hochgeladen. Ich habe die alle vorher schon hochgeladen. Und ich habe die auf... Kein Heimatstätten, na was? Nein, ich habe die auf geplant gestellt. So mache ich das eigentlich fast immer. Die Video-Beschreibung, äh, die Kanal-Beschreibung geändert. Ich habe unsere Kanal-Beschreibung öde fand. Ich bin Level 60. Scheiße. Boah, das... Das Huhn hatte gerade eine Augenbinde, eine schwarze. Hier, Leute. Hier ist es, hier. Verricke. Willst du noch irgendwas wissen? Wie ist der Name deiner Mutter? Susanne. Und der Mädchenname? Susanne. Ja, René, ein bisschen. Der Mädchen-Name ist Susanne. Nee, Astrid Lindgren. Der Mädchenname deiner Mutter ist auch gleichzeitig ihr Vorname. Nee. Du weißt, dass der Mädchen-Name der Vorname ist? Nein. Was ist das denn bitte sonst? Meine Mutter ist Barbara Lorenz. Und dann ihr Richter-Nachname. Lorenz ist von der Männer-Name. Nein, Lorenz ist kein Mädchen-Nachname. Das ist übrigens ein Zweiten-Nachname. Ja, das ist dann der Mädchenname. Aber ich habe es geschafft. Nein, nein, das ist der Zweiten-Nachname und nicht der Mädchenname. Wenn ihr es das schon gesagt habt, der Abbot hat. Google ist. Google ist. Es ist... Der Mädchenname ist der Vorname. Jetzt geh auf. Geh auf. Ja, 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 oder? Hast du auf den Knopf gedrückt, René? Weißt du... Du hast zu lange gebraucht. Das soll ich nicht dein Erd. Sollen wir nicht so sein? Sollen wir ihn aufmachen? Nein! Nein, wenn er nicht auf den Knopf drückt. Und jetzt geht's auf! Das wird ziemlich witzig. Es ist offen. Ha. Es war wirklich... Es war gerade wirklich offen. Ja, angeblich. Ja, vor einer halben Stunde oder so, ne? Nein! Na, stimmt auch wieder. Ah, lustig, dass du schon denkst, dass du schon über eine halbe Stunde an eine Aufgabe hängst. Wie bisher rausgekommen, Flo? Ich hab' ne Glasscheibe zerstellt und wieder reingebaut. Hm. Hm. Nein! Hast du gesehen, wie sie auf und zu ging? Ja. Lustig. Hier, der Baum. Das ist ein schöner Lebensort für Hexen. Die direkt wieder weggehen, wenn man sie setzt, weil sie nicht auf Gras... ...auf Bäumen spawnen. Nein.